Sache das mit dem Finger. Schon okay. Sie haben Glück, dass man Sie nicht nach Hause geschickt hat. Hat nicht mehr viel gefehlt. Ich gehe dann, wenn alle gehen, Sir. Habe angefangen, einen Brief zu schreiben. An meine Frau. Wollte erklären, was passiert ist. Habe es aufgegeben. Mir fielen einfach keine Worte ein, um Tage wie diesen zu beschreiben. Das Einzige, was ich auch bekommen habe, verdanke ich den Bäumen, in denen ich gelandet bin. Freu dich doch und bete, dass es so bleibt. Sieht aus, als würden wir nach Sans-Serveur vorrücken, um unser Haupteinsatzziel zu erfüllen. Müssen der Infanterie den Weg nach Cherbourg freimachen. Viel Spaß beim Wachestehen, während die echten Männer ihre Arbeit tun. Wir retten euch in Sans-Serveur später sicher noch den Arsch. Das wird vermutlich nötig sein. Wie meinst du das, Paddock? Die 82. muss schließlich immer gerettet werden. Lasst uns aufbrechen. Haltet die Köpfe unten, Jungs. Wenn ich mit der 82. die Deutschen erledigt habe und der Krieg zu Ende ist, trinken wir in England Whisky. Ich liebe Whisky. Das ist Colonel Cassidy. Oh Mann. Dann müssen wir wieder auf Patrouille. Sir. Sir. Rüan. Die deutschen Bastarde, die sich aus Booth zurückgezogen haben, sind bei den Hecken südlich der Stadt in Stellung gegangen. Geht los und eliminiert dort jede mögliche Bedrohung. Schnappt euch eure Ausrüstung und Abmarsch. Nehmt euer TNT, um euch einen Weg durch die Hecken zu bahnen. Und? Hab ich's nicht gesagt? Hallo liebe Freunde und willkommen zurück hier zu Brothers in Arms und dem Blot. Oh, es ist mal ruhig der Anfang. Wir werden mal nicht beschossen. Das ist schön. So, wir haben einen Auftrag bekommen. Schalten Sie die Deutschen in den Hecken aus. Also mal was ganz Neues. Und natürlich sind sie schon da. Und einen MG42 haben sie auch. Ah ja, klar. Die schießen auf mich! Natürlich nicht. Wieso auch nicht? Oh mein Gott. Ja, und jetzt kommen wir nicht. Rand an die! Also wir haben jetzt zwei Teams. Wir probieren mal. Paddock! Darüber! Kempel! Schnell! Los, los, los! Stimmt. Überhügel. Schickt los. So. Okay, und jetzt? Jetzt stehen wir hier. Ich werde beschossen! Was mache ich jetzt hier? Ähm. Wie soll das jetzt funktionieren? Ich komme hier ja gar nicht weg. Ich werde beschossen! Kann ich hier jetzt das machen? Drücke F, um eine Sprengladung anzubringen. Achso! Nach da drüben! Bewege! Los, schnell! Wieso kannst du da nicht hin? Du bist mich verarscht! Los, Jungs! Hey, geh da drüber! Los, Bewegung! Wenn ich hier ne Sprengladung anbringen soll. Dann hau' wir mal den Hügel weg. Nur, dass der Abstand hier reicht. Gut. Sehr beeindruckend. Ich bin... So, ich... Ich geh mal raus. Ich schau mal, was ich hier... Wisst ihr, das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt meine Trupps hier raushol, die werden bestimmt abgeknallt, oder? Los! Herr Doc! Da drüben in Stellung gehen! Was war denn? In Laufschritt! Was ist das? Ich muss mal hier so... Die schießen von allen Seiten! Ich bin getroffen! Seht ihr? Ich sag doch, die werden gleich getroffen, ey, alter. Die sind so blöd. Die sind so trof. Was war denn? Das ist toll. Gib mir da komm! Ich muss meine verdammte Knarre nachden! Da ist auch noch mal ein NG, glaube ich. So, schnell! Nein, ich muss da hinrennen! Ich soll den abknallen. Ach, da drüben! Head up! Los! Okay. Ah, hier ist eine Rinde. Hier kommen wir ruhig. Ja, ihr sollt doch halt auch mal rumbegehen. Ihr sollt euch hier nicht so rumstehen, ihr Vollpfosten. Ah, hier ist eine Rinde. Das ist schon... Na toll. Rinde ist schon beendet. Schnell! Campbell! Los! Schnell, guck mal hierher, aber nicht auf dem Hügel rumlaufen. Ich bin dabei! Und dann versucht mal hier die... Schießt auf das NG's Paddock! Schaltet den Dreckskerl aus! Oh, da oben ist noch einer. Zeigt keine Gnade! Campbell! Angriff! Schnell, Feuer! Schnell, Feuer! Schnell, Feuer! Schnell, Feuer! Schnell, Feuer! 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 Schnell, Feuer! Schnell, Feuer! Schnell, Feuer! 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 Also gut, wir können durch die... Lappenzaun! Ach so, wir können durch die... ... 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